Ich habe es gestartet auf dem Forresta. Ich würde ziehen ein bisschen. Warum? Ich denke es ist ja auch ein bisschen zufrieden. Das ist sehr komisch. Das dann sehen wir noch mehr. Wir sind in Österreich zusammen mit Ursula Mayerhofer in einer weiteren ZM Erasmus-Podcast E20. Simon Wagner bergab durch diese Autosikanda dort oben. Und wenn man es dann selber abgefahren ist, muss man... Wir sind in der nächsten Zeit. Wir sind in der nächsten Zeit. Die Autosikanda mit dem Hauptschädel. Wir sind in der nächsten Zeit. Von der ersten ZM Erasmus-Podcast. Die Autosikanda kommt zum nächsten Mal. Die Autosikanda ist vorbei. Die Autosikanda ist ein Wetter. Die Autosikanda ist ein Wetter. Das ist Zahner, Dornian, Änderling. Dafür platziert sich der IAT der hiedere israelischen Leistung. Ganz genau. Auf der C33. Und Simon Waal ... ...und der Flitzung, dieses Meier... ...nach einen Weg zu einer tollen Vorstellung, die er mir gegeben hat. Das sind die Forderung des Fluchs, dass man sie nicht haben. constantly zu weitermachen. Und hier, von der Flitzung, die sich jemandemt in den Flitzung erlässt, der Flitzung, der für etwas wie es es ist. 0.880 Auge, dieser fliege auf die Flitzung, der Flitzung, der für einen Flitzung der Flitzung! Aus dem Flitzung, der flitzung, der flitzung, der Flitzung, der Flitzung und der Flitzung. Beide für einen Flitzung, der Flitzung, fängt auf die Flitzung, der Flitzung der Flitzung. Das war's für heute. Wir haben keine Freude. Ich stehe aber auf alle Art Antrieben auf dieses Konzept. ... und das ist ein bisschen vor allem. ...ratailleen Becker ... ... in der Hauptwahl in Put. Bekannt hat sich eine junge Österreicher ... ... Fährt sich eine Anzahl. Es ist eine Führung nach der Verästigung, um man aus Norddeutschland zusammen mit seiner Das ist eine große Herausforderung. Die erste haben wir schon erwischt. 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 Drei, wüscht euch? Die erste haben wir schon erwischt. In der nächsten haben wir schon erwischt. der mischt wieder aus Uhhh!!! Es ist der Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns bei Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.